Yo, YouTube, was geht ab? Armin wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem neuen GDRP5-Video, Leute. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst einen Like da, abonniere den Channel und die Glocke aktiv, um nicht mehr zu verpassen. Leute, heute machen wir eine Spritztour. Heute sind wir in unserem geilen Haus aufgewacht. Ich sag euch ehrlich, seitdem ich dieses Haus habe, ich fühle mich einfach besser. Ich fühle mich einfach besser und deswegen, Leute, machen wir eine kleine Spritztour und gucken, was in der Stadt so abgeht. Bei den ganzen Geringverdienern hier in Los Santos, natürlich ausgenommen, meine Kollegen, die sind auch keine Geringverdiener. Warte mal, gucken, was hier so schön ist. Wow, 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 wow. Ey, was ist das denn? Ich werde angegriffen. Oh mein Gott, ey, ey, stopp, stopp. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wer ist das? Wer ist das? Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Mein Haus! Mein Haus! Hey, wer bist du denn? Oh nein, Leute, nein, du bist... Tut mir leid, tut mir leid, dass ich Kaffee kaputt gemacht habe. Ach du Scha... Was ist im Haus passiert? Warte mal, du bist schwungen? Was machst du hier? Wo ist dein Vater? Es tut mir wirklich leid, das ist aus, ich bin... Warte, Leute, ich kriege einen Anruf. Ich kriege einen Anruf. Hallo, hallo? Ja, Armin, was ist da? Ich guck bei dir. Tuan, was ist los? Tuan, dein Sohn ist hier. Ja, ich weiß, ich habe ein bisschen getrimmiert, aber ich habe einen Weg. Pass heute auf auf den, ja? Tschüss. Tuan, 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 Tuan. Er war aufgelegt. Er soll aufpassen auf den. Wenn ich nicht auf den aufpasse, ich glaube, Tuan wird aus mir Schaschlik machen. Hallo, Tuan. Tuan, bitte keine Explosion mehr, ja? Upsi. Ja, ja. Aus kaputt, aus kaputt. Ja, Haus ist ein bisschen kaputt. Tut mir leid, tut mir leid, ja. Nein, 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 Tuan, 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 komm, wir gehen Eis. Komm, wir fahren ein bisschen rum, ja? Fahr ein bisschen Auto. Ach, du heilige, was hat er hier gemacht? Was hat er hier gemacht? Ey, Leute, schreibt mir um die Kommentare. Was soll ich mit ihm jetzt anfangen, Alter? Das ist ein Monster-Baby. Der kommt von Tuan. Leute, ich habe eine Idee, wir fahren erst mal ein bisschen zu Max, vielleicht kann Max mir den abnehmen. Ich kann Max ein bisschen aufpassen, er ist auch der beste Freund von Tuan. Wir fahren jetzt zu Max, let's go. Äh, Chong, Chong. Ja? Bro, du musst mir unbedingt einen Gefallen tun. Bitte nicht ausrasten, wenn wir Max sind. Ja, bitte keine Granatwerfer mehr, okay? Du kriegst ein Eis dann heute, du kriegst ein Eis. Okay. Oh, okay, Leute, ich glaube, ich habe ihn beruhigt. Äh, Chong, und sonst, wie läuft Kindergartenschule? Was machst du? Kindergartenschule, ich habe Lehrerin gegessen. Du hast Lehrerin gegessen? Lehrerin gegessen, ja. Ach, weißt du was? Ah, okay, Leute, wisst ihr, was das ist? Susi, Susi, Susi. War lecker, war lecker? Ja. Ach, du Heilige. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob das eine schlaue Idee jetzt hier war. Chong, Chong, nicht. Max, hallo. Äh, hallo, Jungs. Hä? Was geht? Ja, Max. Ja, ähm. Wer ist denn der kleine Bengel hier? Das ist Chong, das ist Tuan sein Sohn. Hä, der ist einfach einer Tuan sein Sohn? Der kam irgendwie vor ein paar Tagen hier rüber. Äh, wie war das? Äh, Chong, warum bist du hier? Warum bist du nicht bei deiner Mama? Kaputt. Ah, der hat seine eigene Mama kaputt gemacht. Ach, du Scheiße. Weißt du was? Das wundert mich nicht. Wie findest du den Jeep, den ich mir gezogen habe? Oh, hast du ja noch einen Jeep gekauft. Ja, ja, so ein bisschen zu Offroad. Einfach nur zum Rumheizen. Nice. Ja, warum nicht? Ähm, Max, warum ich hier bin? Äh, Tuan hat irgendwie ein wichtiges... Der hat ein Date. Der hat ein Date. Oh, Alter. Nein. Nein. Chong. Chong, nicht ausrasten. Chong, keine Granaten mehr, habe ich gesagt. Oh, nein. Max, kannst du auf den Auffass ein bisschen? Nein, nein. Chong. Chong, nicht in BW. Chong, 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 Chong. Nein, nein. Nein, nein, nein. Der darf nicht Auto fahren. Ja, Max, hilf mir. Max. Ach, du Scheiße, Digga, ich halte mich da raus, Bro. Tuan bringt uns beide um. Naja, Digga, lass mich da raus. Viel Spaß mit dir. Nein, 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 Chong. Das ist mir zu krank, ey. Nein, 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 nein. Oh. Oh. Oh, nein, 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 nein. Runter jetzt von meinem Grundstück, Junge. Nein, 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 Junge. Chong, komm, wir fahren Eis essen. Oh, mein Gott, nein, 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 nein. Ey, Finger weg von meinem Lambo. Nein, nein, nicht den Lambo. Alles gut, alles gut. Ich mag nicht, ich mag nicht, ich mag nicht. Nein, 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 Chong. Er wirft Kanaten. Chong. Alle gut, alle gut, komm. Nein, 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 nicht über dein Auto, nicht über dein Auto. Wau, 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 wau. Was machst du? Was hast du gemacht? Max, sorry. Ach. Oh, nein. Ja, dein Auto ist von Max zerstört. Chong. Chong, sofort zurückfahren, entschuldigen. Chong, du kannst doch nicht die Autos von ihm hochjagen. Das ist ein Freund von Papa. Alter, was ist denn da los mit dem Jungen? Oh, mein Gott. Okay, dich entschuldigen. Der Wein fängt dir. Nein, nein, nein. Max, Max, Max. Ein Lambo. Tut mir leid. Du hast nicht den Lambo von ihm. Tut mir leid. Da habe ich acht Jahre lang drauf gespart, mein YouTube-Geld. Nein, nein, nein. Chung. Tut mir leid, Max. Wenn du willst, ich klipp an die Leine. Warte, geht weg. Ich klipp an die Leine. Nein, 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 Chung. Ich mag das. Ich mag das. Oh mein Gott. Geh jetzt weg von meinem Grundstück. Max, nein, das ist Twans Sohn. Das ist Twans Sohn. Geht laut. Geht laut. Ich mag das hier. Max. Geh weg, Max. Ja, ja, okay. Hör auf. Das ist Twans Sohn. Der bringt uns um. Nein, nein, nein. Der Kleiner hat auch nur Glück, dass er der Sohn von Thuan ist, ey. Ich sag dir, ich hätte ihn sonst rausgeschmissen. Digga, Thuan sagt zu mir, ich soll aufpassen. Was soll ich denn machen, Digga? Ich kann es echt nicht auf den Aufpassen. Thuan ist doch dein bester Freund. Bro, ich sag dir ehrlich. Glaubst du, findest du nicht, ich bin schon genug bestraft mit Paul Berger als Bruder? Digga, Paul Berger ist ja gar nichts dagegen. Ich werde nicht, ich werde nicht, ich werde nicht. Ich halte nicht noch so einen kleinen Bänger. Warum kann der so was? Ist mal ein bisschen die falsche Farbe, aber... Ich hab ihn gemacht, weil es besser zu dir passt, Max. Das klingt jetzt gar nicht lustig. Der Kleiner hat Humor. Das klingt jetzt irgendwie nicht lustig. Aber ey, ganz ehrlich, der Kleine ist doch, das ist doch Chinese, ne? Das ist Twans Sohn, ja. Ey, jetzt ist das auch von Lamborghini von Wish bestellt, oder was hat der jetzt gemacht? Also, Jong, das hast du nicht gehört, ne? Ich kaputt machen, wenn du sagen willst. Ja gut, ich halte mich raus. Ey, Arme, bitte, bitte, bitte. Ja, 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 ich springe den weg. Ich springe den weg. Jong, sag tschüss. Mein Chief ist aber auch noch kaputt, mein Chief. Das ist der Punkt scheitest. Aber Jong, 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 magst du Pokémon? Leute, ich hab keine Idee. Kinder mögen Pokémon. Wow, Glomander. Ja, genau, genau. Ich hab Pisa-Saf. Ganz genau, Jong. Jong, wir fahren jetzt zu Onkel Siu. Ja, ja, genau, genau. Pass auf, Jong, wir fahren jetzt zu Onkel Siu. Der kennt sich mit Pokémon super aus, ja? Dann spielst du ein bisschen mit dem. Aber bitte keine Bomben mehr, ja? Bomben sind böse. Und du bist kein böser Junge, oder? Du bist ein guter Junge. Ja. Ja, richtig. Deswegen. Ja, 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 ja. Schon ein guter Junge. Also, jetzt keine Bomben mehr. Wir fahren zu Siu. Gib Kickdown, Leute. Wir sehen uns gleich bei Siu. So, Jong, du benimmst dich jetzt, okay? Ja, oh mein Gott, das wird so schief gehen. Egal, Onkel Siu. Oh, da fährt er doch. Siu! Hä, Amir, bist du das? Ja, was geht? Bro, guck mal, ich hab mein Auto getunt. Mein Golfier. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, mein Auto. Nein, Jong, Jong, Langsam. Langsam, Jong, Langsam. Bro, hä, wer ist denn das? Was ist das für ein Knirps? Hallo, Kleiner. Wer bist du denn? Das ist Jong. Wie heißt du denn? Oh, Jong, Jong. Hä, der kommt mir voll bekannt vor, vom Aussehen. Ja, das ist vielleicht der Sohn von Twan. Warte, sag nicht, lass mich raten. Ey, ich wollte das raten. Ohne Witz, der sieht eins zu eins wie Touren aus. Ja, 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 ja. Touren einfach den Jungen. Ich brauch deine Hilfe unbedingt. Vorbei denn? Du hast doch Pokémon drin, die Stars. Da können wir den vielleicht ein bisschen mit dir beschäftigen, mit so Pokémon und so. Ups. Bro, weiß. Nein. Jong. Ich hab erst zwei Pokémon gefangen. Tut mir leid, ihr habt außerdem dein Ding vorne abgemacht. Nein, Jong. Nein. Wurde, Haube. Ey. Es tut mir leid, ich wollte debatieren und wir haben kaputt gegangen. Tut mir leid. Ja, Upsi. Ja, alles gut. Ich muss eh wieder zur Werkstatt, weil, ja, zu viel Nitro einfach in meinem Auto. Egal, ich fahre schon. In den Golf. Du brauchst nochmal meine Hilfe. Ja, Bro. Ey, unterschätzt mein Golf nicht. Können wir, kannst du nicht ein bisschen kommen lassen? Wir müssen dahingehend ein bisschen über Pokémon reden, sowas, wenn wir ablenken, Digga. Ey, sonst am Dusch drehen. Ich hab eh nichts mit dem Filme gerne machen. Ja. Aber Bro, guck mal, du musst ihn einfach anders manieren. Äh, manieren bei mir. Guck mal. Wie denn? Wir müssen jetzt einfach einen Schokoriegel in die Hand drücken. Hier, Kleiner. Oder weißt du was? Ich hab nochmal einen Hamburger. Willst du auch mal ein Stückchen? Nein. Willst du ein Stückchen haben? Nein, alle gut. Alle gut. Willst du vielleicht einen Donut? Nein. Das ist ein Du. Soll ich dir vielleicht ein bisschen digitalisch vorspielen? Nein. Nein, 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 nein. Stopp. Tschung. 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 Lass ihn ausgehen, Stürr. Du mag ich mich gar aggressiv. Du mag ich mich gar aggressiv. Hab ich zu mir gebetanzen. Ja, es ist mir leid. Okay. Du willst den Wagen in den Tele- äh, Liebernatur bringen? Ja, das wollte ich machen. Ja, okay, dann mache ich das. Oh. Äh. Was? Was? Wie macht ihr das? Tschung. 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 Ups, warte. Ich, äh, äh, falsche Werkstatt. Nein, 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 nein. Tschung, Tschung. Nein, nein. Mein Gott. Tschung. Was hast du? Ich hab in die Werkstatt geplant. Nein, 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 nein. Ich hab mir, lass mich in Ruhe. Tschung, nein. Tschung, du gehst sofort entschuldigen, Tschung. Sofort. Ich hab mir nicht, ich hab mir nur Werkstatt geplant. Nein, du sollst den Autor nicht wegschmeißen. Ja. Er kann von Glück reden, dass Tuan sein Vater ist. Sonst, ja, sonst würde ich hier vielleicht auch mal mit ihm das Gleiche machen. Und er wird auch zum Mond fliegen. Hey, Tschung, entschuldige dich. Du bist nett zu dir, sagst du, sagst du? Ich bin nett zu dir, aber du bist nicht nett zu mir. Du bist nett zu dir, sagst du? Du bist nett zu dir, sagst du? Du, entschuldige dich bei mir, ja? Tschung, hör mir mal zu. Magst du Pukum? Tschung, 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 hör auf, hör auf. Ich entschuldige mich nicht bei dir. Nein, 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 Tschung, nein, Tschung. Nein. Tschung, hör auf. Tschung, geh auf, sag mir einmal. Steh auf, sag mir einmal. Wie denn? Wie kann ich denn ein Mann sein, wenn ich dich schlage, dann lande ich doch im Knast? Ich kann doch keine kleinen Kinder schlagen. Mach's nicht. Eins gegen eins gegen mich, Tschung. Nein. Nein, Tschung, mach das nicht, mach das nicht. Wir feiten jetzt. Du, wir feiten. Okay. Ami, ich hätte dir natürlich doch nichts tun, Bro. Oh, ich tue wieder. Digga, nicht, dass du ihm was suchst. Er wird dich kaputt machen. Er wird mich doch nicht kaputt machen. Oh, nein. Ich hab mich grad extra auf dem Boden gelegt. Ja, komm, Tschung. Bei drei rennen wir aufeinander zu, okay? Okay. Aber ohne faire Waffen. Okay, ohne Waffen. Komm, lass, komm. Okay, Bro. Eins, zwei, drei. Let's go. Oh, Leute. Oh, nein. Oha. Du drehst mich nicht. Leute, was soll ich machen, Alter? Oha, du drehst dich nicht. Tschung, du musst noch ein bisschen schneller werden, um mich zu treffen. Oh, nein, nein. Mach dich nicht lustig über ihn. Hey, Tschung, Tschung. Das passiert, wenn ich mich verwandle. Dann werde ich zum Super-Seiten. Kannst du das auch? Tschung, komm, komm. Wir gehen Eis essen, ja? Mach bitte, Tschung. Machst du kein Aua. Hey, du kannst es auch bei mir lassen. Okay, ich lass ihn bei dir. Ich komme in einer halben Stunde wieder, okay? Okay. Alles klar, in einer halben Stunde komme ich wieder. Tschüss, Adil. Ja, ich komme dich abholen. Leute, er will nicht auf mich hören, ja? Ja, tschüss, Tschung. Wir kämpfen weiter, komm. Okay, komm, ich geh mal. Er will nicht auf mich hören. Let's go. Okay, Leute, ich komme in einer halben Stunde wieder, Leute. Ich geh mal gerade ein bisschen. Ich brauche kühle Luft. Ich brauche auch meine kühle Luft. Ich muss kurz abkühlen. Geht auch super heiß. Mal gucken, was ist das für eine halbe Stunde. Wir sehen uns gleich wieder. Tschau. Okay, Leute, die halbe Stunde ist vorbeigegangen. Ich bin mal gespannt, wie es bei S hier aussehen wird, Leute. Tschung? Tschung, wo ist S? Wo ist S? Tschung? Oh mein Gott, oh mein Gott. Gehen Sie weg von diesem Haus. Der ganze Haus ist explodiert. Es ist on fire. Es ist brand. Es ist brand. Tschung! Feuerwehr, Einsatz, Feuerwehr, Einsatz. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was hast du gemacht? 30 Jahre Berufserfahrung. So etwas noch nicht gesehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir müssen rein mit Feuerlöscher. Wir müssen rein mit Feuerlöscher. Tschung? Soll ich Ihnen helfen? Mama? Mama, bist du's? Nein, ich bin's arm hier. Drehen Sie zurück. Drehen Sie zurück. Ja, ja, alles gut. Wo bin ich hier? Ey, was ist los? Ich bin's arm hier. Tschung, Tschung, nein. Nein. Ey, dieses Kind klaut mein Feuerwehrauto. Tschung, nein. Tschung, bitte. Tschung. Ey, oh Gott, ey. Dieses Kind. Bring dieses verdammte Kind aus dem Feuerwehrauto. Ist das Ihr Kind? Nein, ich muss auf den aufpassen. Okay, Sie sind der Verantwortliche dafür. So, wir haben hier eine Hausbrand. Feuerwehr Einsatz, Beschädigung von Equipment. Das sind eine Rechnung von 3 Millionen von der Stadt Los Santos. 3 Millionen, ja. Lass mich in Ruhe. Tschung, komm, schlag ein. Wir müssen abhauen. Oh mein Gott, was machst du, Tschung? Nein, nein, das geht so nicht mehr weiter. Das geht so nicht mehr weiter. Tschung, weißt du was? Weißt du was? Ich werde schon was Gutes benutzen. Du willst Action haben, hä? Du willst Action haben. Oh, langweilige Kapitel. Ich will ein bisschen spielen. Spielen willst du? Ich will ein bisschen spielen. Ich lasse dich, ich lasse dich spielen. Ich lasse dich jetzt komplett spielen. Aber Tschung, bitte. Dann bitte nicht spielen. Ich schmeiß dich gleich zu Hause raus, ja? Wo wirst du mit Klaut? Ich werf dich jetzt noch nicht raus. Ich lasse dich wohin. Da kannst du ein bisschen Action machen, weil da ist kein Problem, wenn du alles kaputt machst. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. So, Tschung. Bist du bereit auszurasten? Oh nein. Tschung. Tschung. Nicht ausrasten. So, du sagst, ich soll laut lernen. Nein, 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 nein. Herr Officer, bitte. Ich bitte Sie. Dann steigen Sie auf, ohne dass ich etwas sagen. Herr Officer, Herr Officer, Herr Officer, Herr Officer, was hat sie gemacht? Officer down, Officer down. Ich bin outgelattet. Kommst du gleich an? Ja, ja, ja. Ja, okay. Tschung. Tschung, wir zwei sind Freunde, richtig? Tschung, fahr mal hier links rein. Fahr mal hier links rein. Okay. In den Schrottplatz. In den Schrottplatz. Okay. Herr Tschung, wir sind beste Freunde, ne? Ja. Ja, sehr gut. Herr Tschung, das sind Leute hier. Die sind böse. Ja, haben die dir wehgetan? Die haben schon mal versucht, mir wehzutun, ja? Äh, hast du dir wehgetan? Der zieht Waffe, der zieht Waffe. Geh, ey. Lauf, Tschung, ausrasten. Hier darfst du ausrasten, Tschung. Mach alles, was du kannst. Ja, die können alle am Boden natürlich machen. Geh, da hinten sind noch mehr, da hinten sind noch mehr. Oh mein Gott. Boah, das sind voll viele, Tschung. Ey, guck mal weg, Tschung. Oh, 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 oh. Boah, oh, oh, ah, 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 ah. Boah. Ey, das ist ein Meer, Tschung. Tschung, das ist ein Meer. Wow, 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 wow. Der will beißen, der will beißen. Ja, nein, der gute Frau, wow, 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 wow. Okay, Leute, also auf Tschung muss ich echt nicht aufpassen, der kann alles selber machen. Hey, Tschung, du hast gerade die armenische Mafia ausgerottet. Ah, warte kurz, warte kurz, ich gucke noch über die Damen. Okay, wie krank ist der Junge eigentlich? Der macht ja alle kaputt. Der macht ja alles kaputt. Polizei kommt, Digga, der haut den Polizisten, du bist nach Kambuschka. Oh nein, er hat einen Bugatti. Ja, okay, let's go. Wir fahren jetzt nach Hause zu dir, ja? Ab zum Tempel. Oh, hey Chong, Chong, fahr langsam, fahr langsam, fahr langsam. Oh mein Gott, so, der hat wirklich schon Unfälle. Ah, ah. Hey, warte, ich will Wagen im Aquarium haben. Nein, 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 nicht im Aquarium, nicht im Aquarium. Du kommst die Treppen nicht hoch, nein, Chong. Chong, nein, Chong, du bist... Nein, 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 oh mein Gott. Was macht der? Oh mein Gott, Chong. Chong, du bist jetzt zu Hause angekommen, ja? Ja, alles gut. Okay, wenn dein Papa fragt, wir hatten einen schönen Tag zusammen, ne? Ja, alles gut. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ey Leute, was soll ich machen? Der läuft weg, der fährt weg, ich kann dich zuhören, ich kann dich nicht aufhalten. Schreibt mir in die Kommentare, wie ich ihn erbändigen kann. Aber das war's gewesen mit der Folge, Leute. Ich hab den Tag auf Chong, Tuanzon aufgepasst. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Channel, nicht, dass ihr verpasst. Vlog aktiviert, ganz wichtig. Und checkt die Jungs und die Videobeschreibung ab. Euer Amir, ciao.